Loll, Loll! Ja, ja, ich mach das mal! Nein! Guten Tag zu einer neuen Folge Mein Kopfett war's hier. Ähm, hier ist jetzt Till dabei. Hi! Eigentlich ist er sonst ja für mich ein Traktor, denn... Ja, am besten holst du dir direkt Blöcke, damit du direkt in die Mitte kannst. Und jetzt machst du dir ein Schwert und... Ich bau mich nie, ich bau mich nie. Das machen immer ganz sofort die anderen. Warum machst du das nicht? Kannst du nicht bauen? Ah, nicht so gut. Hier mit, hier mit. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, wie man baut. Ich schwöre. Mhm. Nee, ich bin heute ja nicht so gut in... Achso, ich brauch ja noch Bronze. Du musst... Du hast genug. Ich brauch ja Bronze. Wofür? Was machst du denn? Ich mach... Also, ich bin jetzt nicht eher so der Typ... Ich bin schon eher vorsichtig, ne? Ich geb dir nen Tipp beim Hoden. So. Ich tippe jetzt. Ja. Willst du mit dem allen? Oder nur mit allen? Ja, erst mal mit Bronze. Erst... Du, kann ich das selbst machen? Ja. Ich mach das schon. Ich geb dir nen Tipp beim Anziehen. Ja, wie der Herr Beckmann das macht. Ich weiß, aber ich weiß nicht, wie es geht. Mach die zweitbeste Level 2 Rüstung. Aber die... Da hast du alles weg. Ist mir egal. Ja, na... Na gut, mach... Oh nein, ja. Ach, ist egal. Go, 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 go. Pupsi heißt der? Oh Gott, der ist Pupsi. So. Der ist Pupsi, der schreibt go, 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 go. Ich muss wohl beeilen. Noch eins brauch ich. Genau. So, jetzt hast du eigentlich genug. Hallo, kannst du mal Doppelklick machen? Du brauchst direkt einen Bogen eigentlich nicht. Nein. Es gibt ja noch gar keine Gold, du. Doch! Da hinten ist ein Spawner, du Junge! Hm, wusste ich schon. Ja, wusste es nicht. Aber ehrlich gesagt... Ok, jetzt geht... Ich weiß es. Da hinten, ja genau. Da ist ein Spawner. Dahinten! Da! Geh nach da! Nein du! Geh da lang! Geh runter! Geh! Hey! Boah wieviel Gold ist da schon? Ja guck! Du kannst, du kannst, hast du, da liegt noch eins oder? Ne, du warte auf ein Gold noch. Ich hab noch, ich hab noch eins und ich hab sogar noch eins. Zehn! So, geh jetzt nach oben und mach dir ein, äh, das beste Schwert und einen guten, äh, das beste Schwert. Boah Level 2 und Schwert 3, ne? Ja, Schwert das beste, nee, das beste Schwert, das beste Schwert, äh. Ja, gut. Aber nur ein, nur 5 reinlegen. Die Hälfte. Linkblick. Nein, nein, ich... Oh oh, da kommt einer. Oh fuck, ist da jetzt schon einer? Scheiße. Nein, 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 jetzt mach dir einen Bogen, ich bin gut, ich schieße auch, ne? Ja, ich weiß, aber jetzt schieße ich, ich spiele, schieße ich. Klack, 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 klack. Klack. Jetzt wusste keiner von dem. So, jetzt geb ich den Tipp, drück hier drauf, ja, und jetzt, und jetzt klick. So, dann hast du's. Cool. Sonst kenn ich mich ja mit Computer nicht überall aus. So, was soll ich machen? Ja, geh doch mal rüber, sonst, ähm, ob das überhaupt schon geht? Ob der Weg schon zu Ende gebaut ist? Ich meine, wenn wir... Ja. Oh Gott. Ah, stimmt. Achso, ich bin blau. Darf ich nicht vergessen, denn ich bin... Da unten steht das. Da unten steht das. Ja, ja. Ich bin meistens rot, deshalb... Oh, da kommt schon roter. Oh, du bist gut am Start. Ja, ich Papier, aber wir sind viel mehr. Oh, fuck, hab ich... Hast du Blöcke? Hast du Blöcke? Nein, 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 hab ich nicht, hab ich nicht. Ich geh da nicht runter. Ich verpiss mich, lieber. Ich schieße mich, weil... Von... Aus dem Weg aus schieße ich nie, dann wird... Dann werd ich ja direkt runtergekippt, das ist scheiße. Hm? Von dem Weg aus schieße ich auch nicht. Das hast du echt. Das ist total die schlechte Idee. Richtig schlechte Idee. Dann baue ich mir ne Basis. Äh, du brauchst Essen! Geh zum Ding-Spawner und Essen. Nein, nicht dahinter. Ja, schon gut. Essen und, 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 und Blöcke. Hm? So, krieg ich die nicht. Das waren 1 Steak und 8. Ähm, erstmal Blöcke, oder? Ja. Keine... Ja, reichen, 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 reichen. Achso, stimmt ja. Ja, 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 ja. Soll ich... Soll ich... Ne, 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 achso, ich fick die... Ja, 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 ja. Nein, du... Nimm immer die drauf, dann, und dann kannst du es direkt hochschauen. Nein, 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 damit brauchst du Essen! Boah, ja, ich wollte eigentlich mit den 8 Essen machen. Das ist ja jetzt das Dohme. Nein, das sind die sofort. Geh da hin, geh da drauf, und jetzt 1, 2, 3, 4... Ja, ja, ich, ich, ich kenne mich aus, ich kenne mich aus, Mann. Ja, gut. Ach, ruhig. Alter. Jetzt will ich mega viel essen, ist mir aber auch egal. Ja, brauchst du! Ja, ja. Wenn du lange überlebst. Hallo, ess erstmal was. Äh, T... Alle. Ja, ja. Timo Roth. Hat nur noch sehen gewesen. So. 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 Soll ich wohl... Soll ich erstmal mit dem Bogen machen, oder? Ja, ist egal. Hauptsache... Hauptsache, du bist... Bist du gut im Schießen? Ja. Also, ich bin grad... Oh, oh. Also, das sind wir, das sind wir, das sind wir. Also, das sind alle wir. Alter, jetzt hast du dir die Blöcke geholt. Was... ...da drinnen sind. Das sind richtig viele von uns. Jetzt kann ich schießen. Soll ich gehen? Soll ich gehen? Nein, 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 ich geh. Ne, Moment. Achso, das ist der. Oder? Geh, mach! Da oben ist einer. Ich hab ihn getötet. Alles okay. Nein, scheiße, da ist noch einer. Fuck, fuck, nein, nein, ich... Er versteh nicht. Mann, ich... Ich hab's aber eingetötet. Ja, ja, ich hab eingetötet. Ich hätte nicht geahnt, dass da zwei sind. Ja, geh zum Goldspawner erst. Ja, das war... Geh zum Goldspawner. Scheiße, da waren zwei. Ja, eh, klar. So, das war... Geh's... nein, da, da, da. Ja. Ja. Nein, ey, im Dunkeln sehe ich echt nix. Sollte mal... Wenn man hier war grad einer. Ja. Egal. Schwarz. Kann warten. Klappen. Klar, das ist voll dunkel so. So, ein Golds hast du schon. Da, 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 da. 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 Bist du dumm. Ja, ich seh nix. Ehrlich. Ich hasse... Nein, daran geht das nicht. Also mach mal das Fenster zu. Mach mal das Fenster zu, bitte. Ist zu. Du meinst Roller mit? Ja. Ja. Genau. Ich komm da nicht dran, meine Güte. Oh, ey. Ja. Spring halt. Ach, ich hab schon drei. Ja, dann gibts am anderen Spawner auch. Ah! Nein, ich hasse das so. Nein! Gib mir... Gib mir einen Hocker oder so. Ja, bitte. So. Aber irgendwie... Ich schätze mal den Goldschirm. Da kennen nicht so viele. Ja. Das ist kaum einer auf. Ach, genau. Komm, du hast schon viel. Ja, dann machen wir das beste Schwert. Nein! Er ist geboren! Ja, gut. Gut, danke, danke, danke sehr. Jetzt siehst du so. Oh, okay. Ich... 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 Ich muss immer vorsichtig sein. Ich hab meine Erfahrungen. Und jetzt... Mach nichts falsch. Ich hab dir was gezeigt. Ich hab dir was gezei... Ich hab dir was gezei... Ich hab dir was gezei... Jetzt hast du zwei. Ist doch scheißegal. Soll ich jetzt mal einfach so schießen gehen? Ja! Geh rüber und schieß! Ja. Geh direkt rüber. Weitermacher. Ja, Pupsi325 hat dir hier jetzt schon... Oder? Thanks! Das ist deiner, du Typ! Ja, ja. Ich weiß. Ich will nur mal sowas spars. Nein. Er sieht aus wie ein Clown. Ist... Aber scheiß drauf hat... Nein, 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 nein. Wir haben die Mitte ganz klar. Packt! Ach, egal. Ich hab ja eh gar keine Rüstung. Also ist egal ob... Ah ja! Da hat schon jemand ne Treppe gewartet. Klar, klar, klar. Ach, hier ist noch Gold. Oben ist auch Gold, ne? Ja, ich weiß. Geh doch rüber zum Weg! Ja, stimmt. Obwohl dann... Ja, die werden mich hundertprozentig töten. Ich mach das trotzdem. Ist doch egal. Das macht Action. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ich weiß, dass das Action macht. Aber ich find so Leute... Das ist so scheiße. Ja. Renn! Geh runter! Geh runter! Schnell! Mein Scheiß drauf! Ich treff mich! Weiter! Geh weiter! Geh hoch! Shit! Ja, du stirbst! Die haben ein Hot-Copper! Nein! Die hat mich... Au! Ja! Die hat mich fast nicht getragen! Ja, die haben zwei... Ja, also zwei. Wie? Bleibt ja immer da stehen, der Weitermacher hier. Geh wieder Gold holen. Ah, ich mach mir... Ja! Ich mach mir die beste Brustplatte einfach. Ja, das stimmt. Zwei bestes Schwert und dann Bogen. Am besten machst du dir so schnell... Ähm, so'n schnell... Moment! Das ist in der Kiste, was? Das würde das ganz einfacher machen. Und in der anderen! Und in der anderen! Guck mal! Ich weiß! Du bist ein Bauarbeiter! Du bist ein Bauarbeiter! Ich weiß! Das heißt Alex, die Figur, ne? Ich weiß! Hiermit! Arbeiter! Arbeiter! Und die Hauptfigur... Die bin ich... Steve! Aber... Huidi! Hab ich eine andere Figur! Irgendwie... Manche sind orange! Ist... Ich weiß! Ich kenn mich jetzt nicht aus! Ist das ein Zeichen dafür, dass jemand YouTuber ist? Hm? Smarties! Ey, den... Jaja! Ich weiß! Den hab ich zu meinem Freund gemacht! Den Smarty... Smartychen! Smarty ist der... Der ist... Mein zweitbester Freund! Ja? Ja! Zweitbester Freund? Und... Wer ist der Beste? Ich oder was? Äh... Nö... Wer bin ich denn? Ich bin der Deine Freund. Ja, super! Ja, ja... Jetzt geht nur los! Slit! Slit! Ja... Mann! Sei doch mal ein bisschen gechillter hier! Ein Glückchen! Noch acht Spieler! Wir haben noch acht Spieler! Ah! Rot hat noch sieben! Also... Einer ist aus unserem Team gegangen! Einer! Zwei! Einer! Hatten wir nur... Hm? Mach dir schon mal die beste Rüste! Hm... Oh fuck! Ich hab ganz viel... Egal! 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 Entschuldigung. Hab ich nicht gesagt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ein Aufbindekampf! Das Gute finde ich, dass es hier so am Rand keine Insel gibt, die einen abballern können. Mhm. Wenn ich blau bin, dann mag ich ja alle Spiele eigentlich, alle Levels. Mhm. Was auch geil ist, wenn man eine Grafikgranate hat. Oh, da ist auch noch mal wieder eine Kiste. Guck mal, was da drin ist. Und ich wollte. Nee, Spitzhack. Nimm dir einen her. Ja, ja. Und jetzt geh rüber. Geh rüber. Echsen. Soll ich versuchen ein Bett abzubauen? Echsen. Echsen. Das wird sehr, sehr, sehr schwierig. Ich weiß, ich weiß. Nix einzubinden, bitte. Okay, die sind da. Ich will, die sind gut. Lass mich, äh, geh rüber. Lass mich Spitzhacken. Ja. Ich geh einfach von oben rein und ungenommen. Scheiße, 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 scheiße. Ich hoffe, einer ist jetzt noch so grad gestorben. Ich hoffe mal. Mann, ey. Ja. Das liegt wie Gold. Fünf. Mach die, äh... Bogen und Bogen. Bestes Schwert, schon klar, schon klar, schon klar. Und dann noch beste Rüstung. Ne, keine, keine Rüstung. Ist doch keine Rüstung. Ach doch, mach... Ich bin doch jetzt nicht so dieser Held. Boah, bist du? Ja, Tag, Nori. Meine Schwester. Geh aus dem Bild. Ja, ja, ja. Äh, nicht jetzt, nicht damit, nicht damit. Okay. Weil dann machst du zwei beste Schwerter. Ach so, stimmt. So, jetzt Böckchen. Oh, einer von uns ist grad gestorben. Schlecht. Aber wir haben immer noch mehr. Böckchen, 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 Böckchen. Das wird ne harte Runde. Ja, ich glaub's dir. Das wird nur sowas von hart. Ich hab den Trip gezeigt. Ja, ja. Ich bin jetzt auch nicht gerade der Beste der Wilden. Guck mal in die Kiste. Wie ist die da? Ah ja, gut schon. Ja, okay. Moment. Level. 2. 3. 3. Das ist Level 3. Nimm die mit. Und ein Hähnchen auch schon mal. Dann weiß ich ja genau, was ich nicht holen muss. Und dann hole ich die anderen Rüstungssachen. Und vielleicht was zu essen. Blecke brauchst du nicht. Nö. Vielleicht ist auch, um mich zuzubauen, wenn ich das bitte brauche. Nö. Nö. Wenn... Wenn ne Rüstung... Äh... 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 Beste Rüstung? Ne. Ich mein jetzt... Ein... Spitzerkart. Weil wenn du halt was kaputt machst, kannst du hinter dir halt... Tun wollen. Ach. Ja. Egal. So, ich muss mir merken... Glück ist ja... Muss ganz schnell auf Bogen wechseln. Ähm... Wenn einer abballert. Mach am besten sogar schon Bogen. Man... Immer wenn man die Feinde angreift und es Goldspawner auf der eigenen Insel gibt, sollte man immer noch einen Bogen in der Hand haben. Auf jeden Fall. Ich geh mal nach da oben hin. Du bist der Beste. Ne? Gerade. Ja. Hat einer gesagt. Ach. Hat das einer gesagt? Hat gerade einer gestehen. Hallo. Also... Ich muss rüber gehen. Rüber. 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 So. Üben ist auch... Oben ist auch Gold. Oh mein Gott. Wie waren sie? Göttchen. 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 Ich. Das mach ich. Das mach ich. Das mach ich. Nein. Kommt schon gut. Gut. Kannst du da? Kannst du Wasser springen? Ja. Dann... Aber pass auf, dass du nicht abgefallen hast. Naja. Spring einfach runter. Ja, ja. Das wird... Ah, Scheiße. Okay, okay. Ich bin... So, dann aus der... Aus dem Weg von der Kamera... Woll ich doch nicht. Ja, aber nimm... Nimm ja. Genau. Das... 1. Level 1. Mann. Wer braucht hier schon Level 1? Ja, du hast doch 1. 1. 1, gut. 2, gut. 2, gut. Wir brauchen... Soll ich mir noch schnell was machen? Darf ich mal drücken? Nein. Weil wir haben jetzt... Nach der Runde. Nach der Runde. Wir haben jetzt schon 17 Minuten. Ich, was? 18 Minuten. Bis 20, sagen wir mal. Nein. Bis die Runde zu Ende ist. Komm schon. Alter! Na gut, ja. Dann geh ich angreifen. Damit so möglichst schnell das weg ist. Ja, dann geh doch angreifen! Das war... Du gehst... Oh fuck, einer von uns wurde grad schon wieder getötet. Geh jetzt angreifen, geh jetzt. Oh Gott, holy moly. Jetzt geh, meine Fressen! Ja, dann stell mich doch wieder. Sorry, das hab ich mal wieder nicht gesagt. Los, fuck, da ist schon einer. Geh nach da, geh nach da! Jetzt bin ich, jetzt bin ich. Lass mich mal, ja? Ja, ich lass dich mal. Ja, was machst du jetzt? Er macht dir ganz viele... Bau dich von oben zu dehnen, bitte, bitte, okay? Mit dem Spät- und Spät-Tacke. Bau dich von oben zu dehnen. Du kannst vielleicht das Bett kaputt machen. Mach ich. Nochmals. Jetzt mal bei diesem Schwerter, ne? Goldschwerter kosten Iron und Iron Schwerter Gold. Das macht doch keinen Sinn, oder? Ja. Will auch. Na ja, na gut. Hab ja nichts dagegen einzuwenden. So, jetzt... Du hast von die Mitte und da... Geschäftsmann bin ich jetzt. Geschäftsmann. Ich bin ein guter Geschäfts. Ah! Einer von runter hat das Spiel verlassen. Ja, ja, ja. Okay, okay. Bau dich... Bau dich... Bau dich da von oben. Ich baue dich von oben. Ja, nein. Geh da durch diesen Fluss da. Ich glaub da... wird dich keiner vermuten. Bau dich da. Jetzt bau dich hoch. Nein, nein, nein. Doch nicht da lang. Hier, jetzt hoch bauen. Genau da. Ich bin scheiße schlecht. Ja. Warte. Pass auf! Nicht runter fallen. Er gibt sich. Jedenfalls besser als ich. Ich hab noch nie so einen Block von der Brücke gesetzt. Ehrlich. Jetzt würde ich mich langsam so da lang bauen. Zu dem, oder? Immer weiter, immer weiter bauen. Bist du so ungefähr bei dem bist. Ach so, das ist mein... Mal kurz überlegen... Sechst bester Freund. Stellt einfach jeden, dem ich sehe, eine Anfrage. Selten wird dir zwar angenommen, du hast vier mal, ne? Egal. Schießt einer. Okay, okay. Nein, nein, nein. Nicht zu dir. Ja, ja. Wir... Die gehen nur noch runter. Zu uns? Nee. Zu... Oh Gott, hat nur noch vier. Vier nur noch... Ja, ja. Hahaha. Okay. Hast du's überhaupt noch nötig zu bauen? Gleich hast du keine Blöcke, mein egal. Du hast ja noch viel Aufladen. Oh, leider. Ja, 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 ja. Die haben gleich das Bett. 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 Hundertprozentig. Da werden jetzt gerade alle roten getötet. Ich glaube, das reicht. Schauen wir mal, wo du überhaupt schon bist. Ja, noch weiter. Bisschen weiter. Bisschen weiter. Genau die. Wenn du da... Baue eine Treppe. Baue ich ja ein bisschen höher. Vielleicht bist du dann etwas sicherer. Wenn die dann ballern, dann kannst du ja... Ja, wir haben... Die haben drei in drei. Und drei. Okay. Okay. Dieser Flecky. Dieser Jajanka. Dieser Tokar von uns. Wird grad voll rein. Warte, du bist gleich da. Ja, genau. Das soll dann sein. Genau, genau. Ich würde jetzt nochmal so eher vom Rand. Meinst du, die haben ja Bett zugebaut? Ja, klar. Okay. Die haben das doch gleich. Hundertprozentig. Jetzt werden wieder hier Teddy... Ja. Der schon wieder... Also wir werden gleich unten. Da haben wir geflossen. Wetten. Warum ich... Ich wette nicht. Bei dem Server ist alles möglich. Die... Also auf sowas wie dich achten die gar nicht. Ich schwöre jetzt. Nur grad... Das ist eine... Richtig gute Ablenkung. Die sind jetzt grad da Bett abbar und dann... Und deswegen ja mach ich das. Haut mal ab. Schreibt der Pupsi. Also wir haben bestimmt nicht ab. Wir sind kurz davor, ein Bett abzubauen. Du bist... Du bist... Okay, da ist einer runtergekommen. Du bist quasi nur an der Insel. Warte ich da hoch. 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 Nein! Nein, das ist nicht doof. Wir haben ja das Bett abgebaut. Ja, ja, ja. Genau, genau, genau. Miss Mia hat das Bett abgebaut. Miss Mia hat das Bett abgebaut. Ich brauche... Ich hole einfach nur ein Rüstung. Einfach nur ein Schwert. Ja, ja. Stimmt. Hol dir die eine Rüstung. Das Goldschwert, die Rüstung, eine Hacke und ein Helm. Und den Bogen. Da war ein Bogen da. Da war... Genau. Okay, okay, okay. Schon gut. Ich brauche zu Ende. Bitte ausmachen. Tschüss. 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 Tschüss.